Jeden Tag habe ich tausend Gedanken im Kopf, ist das nicht, Kalorienzählen, dies, das, bewegt dich mehr, du bist zu fett. Diese Gedanken habe ich seit etwa 13 Jahren im Kopf. Zu dem Mann hatte ich ja noch eine Fehlgeburt. Dann habe ich eine Versendung gesehen, von Fenster zum Sonntag, mit dem Titel Zählentgiften. Ich habe gemerkt, ich brauche das auch. All diese negativen Gedanken, die machen meinen Körper völlig kaputt. Das muss einfach raus. Diese Sendung hat mir geholfen und mich inspiriert. Merci vielmals. Gott verändert Leben. Wir berichten davon. Verändert auch sein Leben. Spendet Sie jetzt erf-medien.ch-spenden. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!